Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema Umsetzung von Literatur in filmische Werke an. Viel Spaß beim Video. Das Theater ist eine einzigartige Kunstform, die auf der lebendigen und direkten Interaktion zwischen den Darstellern und dem Publikum beruht. Diese Interaktion ist nicht nur eine Funktion der Aufführung. Sie ist ihr Herzschlag, der die Erfahrung sowohl für die Zuschauer als auch für die Künstler prägt. Im Gegensatz zu passiven Unterhaltungsmedien fordert das Theater sein Publikum heraus, Teil des Geschehens zu werden und schafft dadurch ein dynamisches und oft unvorhersehbares Erlebnis. Die Interaktion im Theater kann vielfältig sein. Sie reicht von der stillen, aber intensiven Kommunikation durch Blicke und die stille Reaktion des Publikums bis hin zu ausdrücklicher Partizipation, wo das Publikum direkt in das Bühnengeschehen eingreift. Diese Interaktionsformen haben sich entwickelt und sind von klassischen bis zu modernen Aufführungsstilen unterschiedlich integriert worden. Im traditionellen Theater wird die vierte Wand, die imaginäre Wand zwischen Darstellern und Publikum, oft aufrechterhalten, um die Illusion der Geschichte zu bewahren. Doch selbst hier ist das Publikum aktiv beteiligt. Seine Reaktionen auf das Bühnengeschehen beeinflussen die Performance. Ein aufmerksames Publikum, das mitfiebert, lacht oder weint, kann die Energie einer Vorstellung steigern und die Darsteller zu Höchstleistungen anspornen. In interaktiven Theaterformen wie dem Improvisationstheater oder partizipativen Aufführungen wird die vierte Wand bewusst eingerissen. Hier wird das Publikum direkt in das Stück einbezogen, sei es durch direktes Ansprechen, durch Aufforderungen, Teil der Handlung zu werden oder sogar durch Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Diese Art von Theater bricht mit der traditionellen Passivität des Zuschauens und macht die Erfahrung zu einer individuellen und oft sehr persönlichen Angelegenheit. Eine weitere Ebene der Interaktion ergibt sich aus der räumlichen Anordnung des Theaters selbst. In einem klassischen Proszenium-Theater mit klar getrenntem Bühnen- und Zuschauerraum sind die Möglichkeiten zur Interaktion anders gelagert als in einem Arena-Theater, wo die Zuschauer rund um die Bühne platziert sind und die Darsteller oft aus nächster Nähe erleben können. Diese räumliche Nähe kann die Intensität der Erfahrung verstärken und das Gefühl vermitteln, nicht nur Zeuge, sondern Teil des Geschehens zu sein. Die Technologie hat neue Formen der Interaktion im Theaterbereich ermöglicht. Digitale Mittel wie Projektionen und interaktive Medien können das Publikum auf innovative Weise einbeziehen. Zum Beispiel können durch Abstimmungen mittels Smartphones oder anderen Geräten Entscheidungen getroffen werden, die den Ablauf der Vorstellung verändern. Solche Techniken erweitern nicht nur die Möglichkeiten der Bühnengestaltung, sondern auch die Arten, wie Zuschauer mit dem Stück interagieren können. Neben der direkten Interaktion spielt auch die kollektive Erfahrung eine wesentliche Rolle. Theater ist oft ein gemeinschaftliches Erlebnis, ein Austausch von Energie und Emotionen, der in der Gruppe stattfindet. Das Lachen, Weinen oder der gespannte Atem eines Publikums schaffen eine Atmosphäre, die die individuelle Reaktion verstärkt und eine tiefere kollektive Verbindung zur Aufführung fördert. In diesem Sinne agiert das Publikum als ein Körper, dessen Reaktionen die Aufführung begleiten und beeinflussen. Die Interaktion im Theater kann auch soziale und politische Dimensionen haben. Durch partizipative oder immersive Theaterformen, die gesellschaftliche Themen aufgreifen, werden Zuschauer oft herausgefordert, über ihre eigenen Ansichten und die der Gesellschaft nachzudenken. Solche Stücke können provozieren, aufklären und zur Diskussion anregen, sowohl innerhalb des Theatersaals als auch darüber hinaus. Abschließend ist die Interaktion mit dem Publikum im Theater nicht nur ein Mittel zur Unterhaltung, sondern auch ein Werkzeug der Reflexion und des sozialen Austauschs. Sie verwandelt passive Zuschauer in aktive Teilnehmer, die das künstlerische Erlebnis mitgestalten. In einer Zeit, in der digitale Medien dominieren, bietet das Theater eine unersetzlich direkte, persönliche und tiefmenschliche Art der Verbindung, die in anderen Medien oft verloren geht. Denn, auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist, ist das Thema auch relevant fürs Abi. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt, die Messung des Erfolgs in der Kunstwelt, ist eine komplexe Angelegenheit, die von verschiedenen Faktoren abhängt. Publikumsreaktionen und Kritiken sind zwei Hauptindikatoren, die oft zur Bewertung des Erfolgs eines künstlerischen Werkes herangezogen werden. Doch ihre Interpretation ist nicht immer eindeutig, da sie von vielen subjektiven und kontextuellen Faktoren beeinflusst werden. Die Publikumsreaktion ist eine direkte Rückmeldung von Menschen, die ein Kunstwerk erleben. Diese Reaktionen können vielfältig sein, von Begeisterung und Zustimmung bis hin zu Ablehnung und Kritik. Die Quantifizierung von Publikumsreaktionen kann durch Umfragen, Bewertungen oder Verkaufszahlen erfolgen. Eine hohe Anzahl von Besuchern oder positive Rückmeldungen kann oft als Indikator für den Erfolg eines Kunstwerks betrachtet werden. Jedoch ist zu beachten, dass Publikumsreaktionen stark von individuellen Vorlieben, Erwartungen und dem sozialen Kontext abhängen. Ein Werk, das BI einem bestimmten Publikum gut ankommt, kann bei einem anderen auf Desinteresse stoßen. Auch äußere Faktoren wie Marketing und Hype können die Publikumsreaktion beeinflussen und den tatsächlichen künstlerischen Wert eines Werkes verschleiern. Die Kritik im Gegensatz zur Publikumsreaktion ist eine formellere Bewertung eines Kunstwerks durch Experten oder Fachleute. Diese Bewertungen können in Form von Rezensionen, Analysen oder Kritiken in verschiedenen Medien veröffentlicht werden. Kritiker bringen oft einen fundierten Hintergrund und Fachwissen mit, um ein Werk objektiv zu bewerten und seine künstlerischen Qualitäten zu analysieren. Die Bewertung eines Kunstwerks durch Kritiker kann sowohl positive als auch negative Aspekte beleuchten und dabei auf verschiedene ästhetische, kulturelle oder soziale Kriterien eingehen. Die Meinung von Kritikern kann einen erheblichen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung eines Werkes haben und sogar über seinen langfristigen Erfolg entscheiden. Ein Werk, das von Kritikern hochgelobt wird, hat oft bessere Chancen auf Anerkennung und Aufführung als eines, das schlechte Kritiken erhält. Allerdings ist auch die Kritik nicht frei von subjektiven Einflüssen und Bias. Die persönlichen Vorlieben, Erfahrungen und Vorurteile eines Kritikers können seine Bewertung eines Kunstwerks stark beeinflussen. Darüber hinaus kann auch der Kontext, in dem die Kritik veröffentlicht wird, eine Rolle spielen. Eine Kritik in einer angesehenen Zeitung oder Zeitschrift hat oft mehr Gewicht als eine in einem weniger bekannten Blog oder Forum. Die Interpretation von Publikumsreaktionen und Kritiken als Maßstab für den Erfolg eines Kunstwerks erfordert daher eine sorgfältige Analyse und Kontextualisierung. Es ist wichtig, die verschiedenen Perspektiven und Einflüsse zu berücksichtigen, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Ein Werk, das BI-Kritikern durchfällt, kann dennoch beim Publikum großen Anklang finden und umgekehrt. In vielen Fällen können Publikumsreaktionen und Kritiken auch miteinander interagieren. Ein Werk, das zunächst schlechte Kritiken erhält, kann durch positive Mundpropaganda und eine wachsende Fangemeinde eine positive Publikumsreaktion erfahren und letztendlich als Erfolg betrachtet werden. Umgekehrt können negative Publikumsreaktionen dazu führen, dass Kritiker ihr Urteil überdenken und das Werk in einem neuen Licht betrachten. Letztendlich ist der Erfolg eines Kunstwerks eine komplexe und subjektive Angelegenheit, die sich nicht allein an Publikumsreaktionen oder Kritiken messen lässt. Die langfristige Wirkung eines Werkes auf die Gesellschaft, seine kulturelle Bedeutung und sein Vermächtnis spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung seines Erfolgs. In einer Welt, die von ständigem Wandel und Vielfalt geprägt ist, ist es wichtig, verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen und offen für neue Interpretationen und Bewertungen zu sein. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema Umsetzung von Literatur. Denn, auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist, ist das Thema relevant fürs Abi. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein. Und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.